Na 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 Laser-Linderscheid Heute kam ein Paket an für mich Riesengroßball mit japanischer Schrift Ein echter Roboter war da drin Hab ihn sofort aufgebaut Weil ich wohl der Schlaue bin Ich schließ ihn einfach an Und schalt den Schalter an Dann denk ich, Mann oh Mann, was wohl passieren kann? Tja, das sehen wir dann Jetzt hab ich meinen eigenen Laser-Linja Er hat sein leuchtendes Schwert dabei Stromausfall in meinem Kinderzimmer Immer wenn es scheint